Liebe Mitmenschen, liebe Nachbarinnen und Nachbarn hier im Hemmshof, ich möchte euch heute um etwas bitten. Ich lebe schon etliche Jahre im Hemmshof und ich lebe gern hier. Wenn man sagt, ich bin geimpft, ich bin geimpft zweimal, es gab ganz minimale Nebenwirkungen und ich bin sehr froh, dass ich es gemacht habe, zu meiner Sicherheit und zur Sicherheit meiner Freundin, bekannten und Verwandten. Ich hatte das mit dem Impfen für sehr wichtig und ich möchte euch bitten, gut darüber nachzudenken, ob ihr das nicht auch möchtet. Hier im Hemmshof leben nicht nur deutschsprachige Menschen. Ich habe mir von daher mal so einen Flyer überlegt in mehreren Sprachen. Ich blende den gleich noch mal ein. Ich werde ihn in ein zwei Wochen werde ich ihn auch in Hemmshof verteilen. Ich habe ungefähr 600 erst mal gemacht. Das seid ihr mir wert. Ich möchte euch bitten, darüber nachzudenken, euch wirklich impfen zu lassen. Und ich bin keine offizielle Stelle. Ich bin nicht die Regierung. Ich bin gar nichts. Ich bin nur euer Mietmensch. Ich bin euer Nachbar. Und ich fände es gut. Denkt drüber nach und macht es. Eigentlich war es das schon. Aber von mir gibt es auch noch ein Plakat. Das wird auch hinterm Arwart von der Tanzstraße, Hartmannstraße. Da wird das Plakat auch noch mal ganz groß. Zehn Tage hängen. Er hat ein paar Cent gekostet. Aber wie gesagt, ihr seid meine Mitmenschen. Ihr seid meine Nachbarinnen. Meine Nachbarn. Ihr seid es mir wert. Und dieser Klim ist auch nicht nur für den Hemmshof. Er gilt eigentlich für alle meine Mitmenschen. Ich bin Burkhard von Bub. Alles Gute für euch. stimulating Filme. Zum Schluss! Zum Schluss!